Es gibt ein paar unglaublich beunruhigende, verstörende und heftige News, welche ich direkt hier heute mit euch teilen wollte. Ihr wisst ja, auf diesem Kanal geht es um alles Mögliche, was mit dem Thema Düster, Horror, Grusel, True Crime, Serienkiller und so weiter zu tun hat. Jetzt ist aber etwas passiert, was mich persönlich unglaublich beunruhigt. Wir können hier direkt mal auf den Artikel gehen. Und zwar ist er von 9news.com Australia und nennt sich, beziehungsweise der Titel war Worst Serial Killer in Nations History Could Be to Blame for Dozens of Missing or Murdered New South Wales Woman, MP says. Und zwar geht es darum, dass zwischen den Jahren 1977 und 2009 67 Frauen vermisst, sowohl als auch ermordet wurden. Jetzt ist es nämlich so, dass ein Politiker aus New South Wales behauptet, der schlimmste Serienmörder der Geschichte Australiens könnte für Dutzende vermisste oder ermordete Frauen im Bundesstaat verantwortlich sein. Denn jetzt wird es richtig spannend, denn diese 67 Frauen, welche halt zwischen 1977 und 2009 an der Nordküste von New South Wales getötet wurden oder verschwunden sind, stehen nun erneut im Fokus. Denn man hat die Vermutung, dass der Serienkiller, welcher dafür verantwortlich ist, eventuell noch am Leben ist und noch eine riesige Bedrohung und Gefahr für Backpacker darstellt. The worst serial killer in the nation's history has gotten away with it. Ivan Milat was convicted of seven murders. There is someone on the North Coast that has murdered as many or more and they are still amongst us. 67, the numbers of unsolved homicides of women on the North Coast of New South Wales. And it has every indication that someone operated in that area, traveled that area, lived across that area and took women, destroyed their bodies, destroyed their lives. And it's appalling that it's taken so long for this matter to come before the house and to public attention. Was ich persönlich halt so krass finde, ist, dass dieser Politiker jetzt erst vor ein paar Tagen im Parlament gesagt hat, hey, wir müssen hier richtig aufpassen, denn es gibt hier so viele ungelöste Fälle, so viele ungelöste Morde. Das kann tagtäglich weiterhin passieren, weswegen das Ganze unglaublich alarmierend ist. Und er jetzt dagegen vorgehen möchte und sagt, hey, wir müssen rausfinden, was in Australien los ist, besonders halt eben jetzt hier in New South Wales, was da los ist, wer da unterwegs ist oder wer unterwegs war. Denn das sind so viele Morde, die halt eben ungeklärt sind und es keinen Täter dafür gibt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter, dieser Serienkiller, aktuell in Australien noch unterwegs ist und vielleicht sogar noch sein Unwesen treibt, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so gering. Zudem behauptet er, dass die Fälle miteinander verbunden sein könnten, das soll er anscheinend mitbekommen haben. Er fordert die Polizei auf und die Behörden auf, gründlicher diese ganzen Sachen zu untersuchen, weil es sind halt eben bis jetzt immer noch ungeklärte Fälle. Und da gibt es halt eben einige Damen, wie wir hier auch sehen können, zum Beispiel hier, die war zum Beispiel 21 und sie wurde das letzte Mal in Crafton gesehen im Jahr 1977. Rose zum Beispiel, welche 18 Jahre alt war, ist im Jahr 2003 als vermisst gemeldet worden. Und wie auch hier der Politiker sagt, they have failed these women. Ja, also die haben wirklich verkackt und deswegen sind diese Damen eben nicht mehr aufgetaucht und es gab keine Möglichkeit, irgendetwas darüber rauszufinden. Zudem sagt er, einige dieser Fälle waren zweifellos Einzelfälle, aber viele sind verbunden und es gibt einen einzelnen Täter, fuhr er fort. Es ist unmöglich, sich vorzustellen, dass es 67 einzelne Mörder in der Region von der Nordküste bis zu den Tweet Heats gibt, die der Justiz entgangen sind. Jemand hat diese Taten wiederholt begangen. So sagte er und ich würde dem Ganzen einfach mal nur so zustimmen und sagen, jo, ich kann mir das eigentlich auch nicht anders vorstellen, weil ich glaube nicht, dass hier 67 verschiedene Mörder unterwegs sind. Ich könnte mir halt eben vorstellen, so wie es auch gesagt wird, dass eventuell zwei oder drei Serienkiller dort hantieren. Fakt ist einfach nur, dass das Ganze nicht aufgeklärt wird. Und jetzt gibt es hier noch einen kurzen Clip, der geht zwei Minuten lang. Ich dachte, den schauen wir uns auch mal an. Wie gesagt, das Ganze ist vom 24. Oktober, ist also knapp eine Woche her, als das Ganze bekannt gegeben wurde, dass man da jetzt anfangen wird, wieder mehr darüber rauszufinden, denn es könnte halt einfach weitergehen. Ich habe auch tatsächlich gelesen, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, welcher Artikel das war und ich weiß auch nicht, ob das stimmt oder einfach nur Panikmache war. Da stand aber unter anderem, dass Australien eine Reisewarnung an Touristen ausgestellt hat für bestimmte Bezirke. Also nicht für komplett nach Australien zu fliegen oder so, sondern es gab eine Reisewarnung für bestimmte Teile von Australien. Aufgrund dieses Problems, aufgrund dieses Serienkillers, welcher höchstwahrscheinlich immer noch auf freiem Fuß ist, außer er ist halt gestorben oder er ist in ein anderes Land gezogen, das weiß man natürlich nicht. Und da kann ich euch leider auch gerade keinen handfesten Beweis mehr geben, weil ich auch nicht mehr weiß, ob ich es gesehen habe. Aber es hieß auf jeden Fall, dass die australische Regierung anscheinend ein, wie ich gerade schon gesagt habe, eine Reisewarnung ausgesprochen haben. Aber ob das stimmt, kann ich leider nicht bestätigen. Und was ich jetzt gerade an dieser Situation so heftig und gefährlich finde, wir wissen, es gab mal solche Serienkiller in Australien. Zum Beispiel Even Millet war ja unter anderem jemand, der immer Backpacker ermordet hat. Der hat immer gewartet, bis Backpacker irgendwo am Straßenrand waren, halt eben hier den Daumen rausgestreckt haben, um mitgenommen zu werden. Der hat sie dann ganz freundlich mitgenommen und brutal ermordet. Da gibt es ja auch zahlreiche Dokus darüber, unter anderem wurde ja auch sogar ein Film dementsprechend inspiriert. Oder diese Ereignisse haben einen Horrorfilm inspiriert, Wolf Creek heißt der. Ganz, ganz verstörender und heftiger Film. Und jetzt ist es halt so, dass man immer noch im Dunklen rumtappt und nicht genau weiß, was hier los ist. Und das finde ich persönlich halt unglaublich beunruhigend. Wir schauen jetzt einfach mal gemeinsam diesen Clip an, was die da sagen, diese Reporter. Und dann, äh, it's a wrap, würde ich sagen. Well, an den Exclusive Investigation by the Tele-Telegraph has this morning revealed a list of more than 60 women who have found dead or who have vanished in northern New South Wales between 1997 and 2009. It's prompted calls for a fresh probe into these cases by police. For more than this, we're joined by Criminologists at the University of Newcastle, Dr. Xanthi Mallet, who's at the moment in Brisbane. Zudem muss man ja auch sagen, es ist ja wirklich nur dieser bestimmte Bereich, ja. Und das lässt halt noch mehr darauf hindeuten, dass da wirklich irgendjemand ganz, ganz schlimme Machenschaften treibt. Xanthi, great to have you here. Look, there are experts out there that fear this could be the work of one or multiple serial killers, which is quite alarming. What's your take on this situation this morning? Good morning. Well, I have to say that there is certainly the potential for that. We are looking at around 60 women over that 30-year period. Und das ist, sorry, nochmal ganz kurz, das ist halt auch nicht typisch. Das ist nicht normal, dass über 60 Frauen, ja, besonders Frauen in dieser Gegend gestorben sind, ja. Ermordet worden, verschwunden, wie gesagt, es sind ja über 60, die verschwunden und gestorben sind. Das hat ja, man sieht das ja auch, das führt ja auch irgendwie einen roten Faden. Das ist immer eine bestimmte, ähm, wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja nicht irgendwie so random, so, yo, hier war es mal eine Frau, hier war es mal irgendjemand so, dann war es mal in einem ganz anderen Bereich, sondern es ist alles in diesem bestimmten Bereich, dort passiert das. Und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, da ist irgendjemand, der noch nicht geschnappt wurde. At the University of Newcastle, the patterns of those disappearances, the victim type and also the modus operandi and the type of offender. So, certainly there is the potential for at least one or two serial killers to be working that stretch of highway between Newcastle and the Byron area. Also sie sagt auch, das könnten ein oder zwei Serienkiller sein, die da unterwegs sind. Stell dir mal vor, die kennen sich noch. When you look at it, it's 60 women, I mean, it is extraordinary. And for years some police and members of the community have suspected some of these cases could be connected. Why are we only hearing about this now? Genau, das ist ja auch eine interessante Frage. So, das ist, das geht seit über 30 Jahren so. Warum spricht man aber jetzt erst darüber und sagt, hey, so, was ist hier los? So, nach 30 Jahren sagt man sich, hey, da stimmt irgendwas nicht. Da sind 67 Frauen gestorben. Wie gesagt, der Grund dafür ist, dass halt eben sehr viele Fälle einfach noch nicht so weit waren, wo man noch nicht richtig abstimmen konnte. Und es hat halt einfach Zeit gedauert, bis man diese Fälle halt schlussendlich auch dem Ganzen zuordnen konnte. Also, da sind nicht nur noch nicht links zwischen denen. Because, you know, they may be 30 years old, some of them, but they are still potentially solvable. So, NSW MP Jeremy Buckingham will receive a briefing from police about this today. We believe that might be happening very soon. And do you think this could lead for some of these cases to be reopened, but there were these cold cases? Well, cold cases remain open until they're solved, but that doesn't mean that they're necessarily reviewed regularly. So, certainly this is an opportunity. And obviously technology is improving. And our methods of linking cases are improving. 30 years ago, we didn't know as much about serial offenders as we do today. So, I think we... Das sind halt alles cold cases, und das stimmt schon. Vor 30 Jahren hatten wir einfach nicht die Technologie und die Möglichkeiten, so gut, ja, gewisse Serienkiller zu tracken oder halt einfach auch gewisse Morde aufzudecken. Und da bin ich natürlich auch sehr, sehr guter Dinge und hoffe einfach so sehr, dass wir da eventuell sehr bald mehr Informationen bekommen. We really need to look very in depth at these cases, because I'm absolutely sure some of them link from the work that we've done at Newcastle already. And we'd be very happy to assist New South Wales Police, if they were open to that. Yes, Anthony Mallett, they're in Brisbane. Thank you so much. Okay, ja, also ich hoffe auch so sehr, dass man da jetzt irgendwie, ja, was rausbekommt. Weil, wenn wir uns das halt mal bedenken, hier steht es ja auch Worst Serienkiller in Nations History. Ja, also wirklich der schlimmste Serienkiller der Geschichte der Nation. Und das könnte höchstwahrscheinlich halt eben die Person sein, die dafür verantwortlich ist. Insane. So, jetzt muss ich hier einmal nochmal dazwischen grätschen, denn während ich gerade hier das Video schneide, hat sich in den letzten Stunden tatsächlich nochmal ein bisschen was getan. Denn seit Buckingham, also der Politiker, gesprochen hat und sich dazu geäußert hat, dass seit über 30 Jahren dort so viele Menschen sterben bzw. ermordet werden und verschwinden, was man ja tatsächlich gar nicht wirklich wusste. Das kam ja jetzt erst raus, wo man gesagt hat, hey, das muss an die Medien, das muss an die Öffentlichkeit. Hier stimmt irgendwas nicht. Hier gibt es irgendeinen Serienkiller, der seit 30 Jahren sein Unwesen treibt. Seitdem jetzt der Politiker Klartext gesprochen hat, gibt es einige Nutzerinnen im Internet, die von unglaublich verstörenden Ereignissen sprechen. Unter anderem gibt es eine Nutzerin namens Hayley und sie erzählt auf TikTok, dass sie beinahe gekidnappt wurde auf dem Weg, als sie gerade zum Strand war. Das Ganze ist in Byron Bay passiert, im September tatsächlich, im September diesen Jahres. Sie erzählt unter anderem davon, dass der Mann sie jagte und extrem erfahren war. Man hat richtig gemerkt, das ist nicht das erste Mal, dass er versucht, jemanden zu entführen. Sie hat es aber dann noch knapp davon geschafft, lebt noch, ist in Sicherheit. Und als sie dann diese Geschichte auf Social Media geteilt hat, gab es auch unglaublich viele Kommentare. Sehr viele Kommentare, die davon sprechen, dass es sehr, sehr viele vermisste Personen in diesem Bereich gibt. Das Ganze wurde halt nie so wirklich publik gemacht. Es ist halt jetzt erst in der letzten Woche rausgekommen, dass dort wirklich so viele Leute vermisst werden. Es gibt auch noch eine andere Frau namens Laura und sie sagt unter anderem, Wenn du ein Einheimischer bist, der dort in dieser Area, in dieser Gegend wohnt, dann weißt du über diesen Serienkiller Bescheid. Und das nicht nur seit kurzem, sondern seit längerer Zeit. Sie hat dann auch auf TikTok ein Video hochgeladen, in welchem sie sagt, dass man unglaublich aufpassen soll, wenn man in der Byron Bay Area ist. Dass man da nicht mit Fremden mitgeht, dass man auch nicht per Anhalter hin und her fahren soll. Und so wie es aussieht, hat das für einen unglaublichen Aufruhr gesorgt. Denn jetzt kommen von Tag zu Tag immer mehr Mädels und Frauen zum Vorschein, die erzählen, dass sie nur knapp dem Serienkiller entkommen sind. Es gab auch zwei Mädels, die erzählt haben, dass sie mit einem Auto mitgefahren sind und auf einmal ein riesiges Jagdmesser im Auto gesehen haben, was so ein bisschen rostig, blutverschmiert war. Und das war natürlich direkt Red Flags für die, weswegen die gesagt haben, ey, wir müssen da raus. Und sind dann auch aus dem Auto raus, als das Auto angehalten hat. Der Mann hat angehalten und in dem Moment sind sie dann abgehauen. Also so wie es aussieht, scheint da immer noch irgendetwas vor sich zu gehen. Besonders, weil diese Dame, wie ich gerade schon erzählt habe, berichtet, dass sie im September fast entführt wurde. So, das wollte ich noch ganz kurz dazwischen grätschen, weil das ist, finde ich, wichtig für das Video, dass sich jetzt aktuell auch sehr viele Mädels äußern, dass denen ebenfalls schlimme Dinge beinahe passiert sind. Also, was sagt uns das? Passt bitte auf euch auf, Freunde. Auch wenn ihr in Australien unterwegs seid, dort ist, so wie es aussieht, immer noch jemand auf freiem Fuß. Und ich bin super gespannt, ob diese Person bald ausfindig gemacht werden kann. So, jetzt weiter mit dem Video. Ja, ich wollte das einfach mal ganz kurz heute mit euch hier besprechen, weil ihr wisst, wie auf diesem Kanal geht es ja auch um genau solche Themen. Ja, wir sprechen viel über Serienkiller, wir sprechen über True-Crime-Fälle, ja. Und deswegen passt das ganz gut rein. Und da das jetzt halt eben ganz frische, aktuelle News sind, dachte ich, greifen wir das heute mal ganz schnell in einem Video auf. In dem Sinne, das soll es auch schon gewesen sein. Schreibt mal sehr gerne eure Meinung unten rein. Was sagt ihr dazu? Was glaubt ihr, hat es damit auf sich? Glaubt ihr, dass dieser Serienkiller immer noch auf freiem Fuße ist? Oder sagt ihr, nee, der hat sich schon längst abgesetzt, der ist in Sicherheit oder vielleicht sogar gestorben? Ich meine, wir wissen ja nicht, wie alt er zu dem Zeitpunkt war, wenn es ein Serienkiller ist. Ja, es kann ja sein, dass er jetzt, keine Ahnung wie alt ist oder schon gestorben ist oder halt eben immer noch unterwegs ist. Wie gesagt, wenn ich nochmal diesen Artikel finde, wo es hieß, dass es eine Reisewarnung nach Australien gibt, für bestimmte Bereiche, dann würde ich das unten verlinken, weil so würde ich das jetzt einfach mal nur in den Raum stellen, weil ich jetzt gerade keine handfesten Beweise mehr dafür habe, was mich ein bisschen ärgert. Aber es ist halt einfach so. Also, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch nicht so gestört, weil ich lispel heute so ein bisschen. Und man sieht, ich habe mich so richtig mies, also ich habe mir so richtig mies auf die Zunge gebissen. Aber das lässt mich irgendwie so ein bisschen lispeln. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich liebe euch über alles. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Heute ist der Samstag. Ich habe es jetzt gerade aufgenommen und werde es jetzt auch direkt gleich hochladen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Halloween, by the way. Und danke für 350.000 Follower. Absolut insane. Ihr seid die Besten. Danke, 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 danke. Ich habe es aber auch hier in einem Community-Post nochmal geschrieben. Ich blende ihn hier euch einmal ein. Wir haben absolut, absolut geile Sachen geplant, ja. Es hat sich leider alles ein bisschen verschoben. Ich wollte eigentlich dieses Jahr schon diese ganzen krassen Events euch zeigen. Diese krassen Video-Ideen, die ich hatte und so. Werden jetzt aber sehr bald umgesetzt. Das wird insane. Ich freue mich ganz arg. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank.